so ein teil vom grauen können wir schon mal wirklich jetzt Aber ja, man sieht, allein schon durch das, was wir jetzt weggetunnelt haben, haben wir schon unsere Steinvorräte wieder ziemlich gut aufgefüllt. Ich hätte mir recht, wenn irgendeiner die Steine hier aufsammeln würde. Ich hätte mir recht, wenn ich die Steine hier aufsammeln würde. Weil die sind ja auch fleißig beim Auffüllen gerade. Das heißt, wir haben auch immer noch Sternverbrauch und trotzdem haben wir sowas hier. Na, irgendwann kommen sie auf die Idee, dann doch mal die Treppe zu nehmen. Okay. 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 Das war's für heute. Was ist das? Okay. 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 Das war schon wieder falsch. Ich wollte das hier. Okay. Ja, aber bald können wir sie auch wieder dann hierher schicken. Dass sie beim Füllen helfen. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, du hast die Steine jetzt schon, die dem gehören. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Warum auch immer hier alle ständig irgendwas hier zurücklässt? Das war's für heute. Oh. Ja, ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Ihr fangt jetzt an, nichts mehr abzubauen. Ich hab's kapiert. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, klappt jetzt alles wieder. Oh, das ist schon wieder dunkel geworden. Oh, das ist schon wieder. Oh, und hier hat wieder nichts mehr zu tun. Das ändern wir mal. So. Dadurch kommt hier voran und hier kommt auch voran. Steine werden wieder weniger. Okay, wir haben hier noch genug zum abbauen. Und dann geht's. Und dann geht's wieder tiefer runter. Ja, war eine gute Idee hier noch mit Tunneling. Das Loch größer zu machen. Wird aber halt irgendwann nicht mehr ganz so gut klappen. Nämlich, wenn wir da ziemlich weit unten sind. Na gut, wir werden halt auch rücken. Also, in die Richtung geht auf jeden Fall die ganze Zeit. Auf der Seite geht dann, wenn wir hier unten an der Treppe angekommen sind, an dem Stück der Treppe nicht mehr. Und in die Richtung geht irgendwann auch nicht mehr so wirklich. Ja. Hier wird wieder Flickenteppich gemacht. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020